Hi, hier ist AffinityJack und heute zeige ich euch 8 Möglichkeiten, wie man einen Himmel verbessern kann. Ich benutze hier 3 Bilder, um verschiedene Szenarien abbilden zu können, die jeder von uns garantiert schon in der einen oder anderen Ausprägung erlebt hat. Also es geht hier um verschiedene Situationen. Ich fange mal mit diesem Bild an, denn hier ist es so, dass wir einen Himmel haben, also sichtbar, der ist nicht ausgebrannt, aber er ist sehr blass. Hier geht er ins Weißliche, ganz blassblau. Hier ist er eigentlich ganz ansehnlich von der Sättigung her. Ich möchte jetzt gar nichts weiter großartig verfälschen, ich möchte nur, dass das Ganze etwas blauer wird, etwas kräftiger. Da ich jetzt Farbanpassung vornehmen werde, möchte ich, dass diese Farbanpassung sich nur auf den Himmel auswirken und nicht auf den Rest. Also mache ich zunächst eine kleine Auswahl, ganz grob vom Himmel. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Ich mache es so, er sucht sich dann die Farbbereiche, einfach die passen und das geht im Prinzip ganz schnell. Also eine Variante, die ihr wahrscheinlich schon in anderen Tutorials von mir gesehen habt, ist einfach die Farbe zu verstärken mit HSL. Hue, Saturation, Luminance. Man muss zunächst einmal die Grundfarbe auswählen, nämlich hier irgendein Blau. Da hat man diesen Farbbereich und dann gehe ich mit der Pipette hier in diesen, jetzt wird sich dieser Bereich der Auswahl gleich verändern, gehe ich jetzt hier rein und jetzt wählt ihr als zu verändernde Farbe, ausgewählte Farbe, diesen Farbbereich aus. Den könnte ich jetzt auch noch verändern, wenn ich will. Wenn ich jetzt also Veränderung vornehme, dann nehme ich die vor nur bei diesem Farbbereich und nur in diesem Auswahlbereich. Da könnte man zunächst als Maßnahme nehmen, die Sättigung zu erhöhen. Was ich jetzt hier mache, ist für jedes Bild individuell anders. Also in dem Fall, da wirklich relativ wenig Farbe drin ist, würde ich mal auf Sättigung volle Pulle gehen. Da ist jetzt die Veränderung, in dem Fall, wenn ich das jetzt mal nochmal auf die Ausgangsposition zurückstelle, ist die Veränderung jetzt gar nicht so gewaltig. Also habe ich noch eine zweite Möglichkeit. Ich habe also die Sättigung des ausgewählten Blaus erhöht. Die Wirkung ist mäßig. Was ich aber machen kann, ich kann die Helligkeit des ausgewählten Blaus abdunkeln. Und wenn ich das mache, wirkt die Farbe automatisch auch kräftiger. Man kann es wie bei allem übertreiben und wie bei allem ist es eine Geschmackssache. Aber ich finde, ich gehe mal nochmal zurück, dass insbesondere dieser Bereich damit gewinnt. Ich gehe mal so bis hier ran. Der Bereich ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber grundsätzlich, das wäre ein Weg, um das Blau im Himmel wieder ein bisschen erstrahlen zu lassen. So, ich lasse die Auswahl jetzt mal aktiv, aber wähle das Ganze hier ab, damit wir wieder den Ursprungszustand haben und zeige jetzt eine zweite Möglichkeit. Und zwar kann ich auch einfach ein Blau meiner Wahl hier oben reinmalen. Damit es aber ein bisschen realistischer wirkt und man nicht mit irgendeinem Blau rumexperimentiert, empfiehlt es sich, die Pipette zu nehmen und dann ein Blau, was man bereits hat. Also ich gehe hier auf einen relativ dunklen Blaubereich von mir. Den aktiviere ich dann. Und jetzt ziehe ich ein Vektorrechteck hier drauf. Ziehe ich jetzt einfach nur mal so grob über diesen Bereich rüber. Da ich ja die Auswahl noch aktiviert habe, lege ich jetzt eine Maske drauf. Jetzt habe ich alles einheitlich blau, nämlich mit dieser ausgewählten Farbe. Das sieht natürlich jetzt erstmal blöd aus. Aber jetzt kann ich mit den Mischoptionen spielen. So, da kann man mal gucken, welche am besten passt. Also ich finde, dass bei diesem Effekt linear nachbelichten ganz gut kommt. Und das Ganze mit einer verringerten Deckkraft. Ich zeige dazu mal das Vorher-Nachher. Man hat hier also etwas mehr Blau, allerdings recht gleichförmig. Eine Abwandlung von dieser Methode wäre dann folgende. Ich dupliziere mal diese befüllte Blaue Ebene. Also die nächste Methode funktioniert genauso. Ich muss hier was auswählen. Ich setze die Farbe rein, aber ich werde die gleich anders vermischen. Also ich mache jetzt mal Command und J, um das gleiche nochmal zu erreichen und deaktiviere den Effekt von eben. So, der Mischmodus ist jetzt wieder normal. Deckkraft 100%. Jetzt gibt es nämlich in Affinity Photo Version 2, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, weitere Masken. Bisher gab es einfach nur eine Maske. Jetzt gibt es verschiedene Masken. Ich nehme jetzt mal die Helligkeitsbereichsmaske und dann öffnet sich ein neues Fenster. Ich erkläre mal kurz, was dieses Fenster, was diese Kurve, dieses Diagramm eigentlich tut. Auf der linken Seite haben wir die dunklen Töne. Der Punkt ist ganz oben, das heißt, bisher wird hier überhaupt nichts verändert mit dieser Maske. Je weiter es rüber geht, desto heller werden die Töne und hier sind dann eben die ganz hellen Töne weiß. Der Punkt ist ganz oben, also wir haben nichts verändert. Und jetzt kann ich die Durchlässigkeit der einzelnen Helligkeitsbereiche verändern. Also ich sage jetzt, ich möchte die hellen Bereiche, die ja hier sind, die möchte ich jetzt effektieren. Also gehe ich so runter. Ich muss das Ganze auch nicht linear machen. Ich kann die Kurve also auch so anpassen. Ich kann auch mehrere Punkte setzen und dabei gucken, wie mir das am besten gefällt. Also auch das ist eine Methode, um subtil die Farbe des Himmels zu verändern. Also ich zeige es nochmal mit, ohne und mit. Komme ich zu einem weiteren Mittel, wenn man so eine gleichförmige Farbe hat. Dann kommt im Prinzip auch ganz gut, wenn man einen Teilbereich abdunkelt per Verlauf. Also ich gehe jetzt mal wieder auf die obere Ebene, lasse mal die Auswahl noch aktiv. Nehme jetzt die Anpassungsebene Belichtung und setze jetzt mal die Belichtung runter. Also sprich, ich mache das Ganze etwas dunkler. Sagen wir mal einen halben Belichtungswert. Dann nehme ich mir das Verlaufswerkzeug und sage, dass diese Veränderung nur sich auf den oberen Bereich auswirken soll. Hier unten haben wir einen schwarzen Punkt. Das heißt, hier ist eine schwarze Maske drauf und hier oben ist weiß. Das heißt, hier ist die Maske durchlässig. Ich kann auch den Übergang noch variieren. Das etwas weicher werden lassen. Also auch damit kann man einen Himmel etwas verbessern. Kommen wir jetzt zu einem etwas komplexeren Himmel. Dazu nehme ich mal das nächste Bild. Auch das ein Szenario, was ihr sicherlich alle schon oft gehabt habt, dass der Himmel im Prinzip ziemlich weiß ist. Also was ich jetzt zeige, das geht natürlich nur, wenn der Himmel nicht völlig ausgebrannt ist und nicht völlig weiß ist. Um das zu checken, wir sehen nämlich hier unten am Histogramm, dass die Helligkeitswerte tatsächlich bis ganz weit rechts rangehen, aber in meinem Fall nicht drüber hinaus gehen. Also das ist ganz wichtig. Wenn diese Helligkeitswerte alle im Prinzip hier hinten anschlagen, dann sind sie ausgebrannt. Und dann kann ich mit dieser Methode, die ich jetzt zeige, nichts verändern. Um festzustellen, ob die ausgebrannt sind. Dazu gibt es also eine Möglichkeit. Und zwar gehe ich dann mal auf Fenster. Und hier sind jetzt die ganzen Paneele, die ich hier rechts habe. Die werden jetzt hier angezeigt. Also die sichtbaren, die ich aktiviert habe, aber auch die, die ich nicht aktiviert habe, die ich sonst nicht so brauche. Jetzt würde ich mal anwählen Info. Wir kriegen also hier unten ein neues Fenster. Was macht dieses Info-Fenster? Das zeigt mir jetzt standardmäßig die RGB-Werte an. Also die Farbwerte mit den einzelnen Helligkeitsstufen. Das Ganze geht auch hier, aber ich orientiere mich mal jetzt an den RGB-Werten. Wenn ich jetzt mit diesem Mauszeiger auf eine Stelle gehe, dann zeigt er mir jetzt hier unten einen Helligkeitswert für diese Farbe an. Der lautet jetzt an dieser Stelle 249. 249 bedeutet, es ist nicht ausgebrannt. Denn die Helligkeitsskala geht bis 255. 255 heißt ausgebrannt. 249 eben nicht. So, jetzt gehe ich hier mal so ein bisschen lang und sehe, dass ich auch hier eigentlich ganz gut noch bin, obwohl es sehr hell aussieht. Hier bin ich bei 235. Das bedeutet für mich, ich will gar nicht zu technisch werden. Das bedeutet für mich einfach nur, ich kann hier was erreichen. Wäre hier alles auf 255, würde die Methode, die ich hier zeige, nicht funktionieren. Also, ich gehe jetzt mal auf den Filter Schatten und Lichter. Und da wir ja hier nur ein Problem mit den Lichtern haben, fummelte ich an dem Rest gar nicht rum, sondern nur an den Lichtern. Ich möchte die Lichter reduzieren. Also, dieser Filter nimmt sich die hellsten Punkte und die dunkelt eher ab. Und das ergibt dann diesen Effekt. Und ich finde es also sensationell, man muss ja gar nichts weiter machen. Wenn wir das Gegenteil machen, dann sieht man, wie es dann wirklich ausbrennt. Könnte also auch was erhellen, aber in der Regel hat man ja den Himmel viel zu hell. Und die Strukturen, deswegen wollte ich das vorher zeigen mit den Helligkeitswerten, dass die eben nicht alle weiß und ausgebrannt sind. Dann kriegt man diesen Himmel wieder zurück. Also, das ist eine Methode, die bei bedeckten Himmeln sehr oft hilft. Also, man hat mit wenigen Mausklicks eigentlich schon eine deutliche Verbesserung des Fotos erreicht. Dann komme ich mal zu dem letzten Bild, denn hier wird es ein bisschen komplexer. Also, grundsätzlich, man könnte sich auch damit jetzt zufrieden geben. Der Himmel hat ja ein bisschen Struktur, aber insgesamt wirkt er mir zu fade, zu blass. Also, ich hätte die Wolken insgesamt kontrastreicher, voluminöser, gewaltiger. Auch hier muss ich erstmal eine grobe Auswahl vornehmen, von dem Bereich, den ich hier jetzt verändern will, damit ich nicht das ganze Bild verändere. So, jetzt hat er mir hier zu viel ausgewählt. Ich mache den Pinsel mal ein bisschen kleiner und mit der Optionstaste oder Alt in Windows und hier lang ziehen, wählt man das wieder ab. Man muss jetzt hier auch nicht zu genau sein, weil ich ja nicht den ganzen Himmel verändere, sondern nur auch Teile der Wolken. So, ich habe jetzt also eine Auswahl des Himmels und kann mir jetzt überlegen, welche Veränderung ich eigentlich vornehmen will. Also, ich habe ja gesagt, ich möchte es eigentlich ein bisschen gewaltiger, voluminöser, Schrägstrich, kontrastreicher. Kontrastreicher heißt ja, mehr Unterschiede zwischen hell und dunkel. So, heller möchte ich es jetzt nicht, dann würde das hier nämlich ausbrennen. Aber hier so diese Zwischentöne, nicht das ganz dunkle, aber so diese mittleren Werte, die hätte ich eigentlich ganz gerne ein bisschen dunkler. Vielleicht auch die ganz dunklen. Dazu gibt es eine Methode, die ich jetzt mal zeigen kann und zwar die Tonwertkorrektur. Wir sehen jetzt die Tonwerte in diesem ausgewählten Bereich, links wieder die dunklen Töne, rechts die hellen. Die hellen will ich gar nicht verändern, ich will nur die dunklen verändern, sprich die Schwarzstufe. Und wenn ich jetzt diesen Wert, diesen Regler hier runterziehe, dann werden also die dunkleren Töne dunkler. Und zwar, wenn man jetzt mal auf das Blau achtet, einschließlich des Blaues, weil ich habe ja jetzt hier mit Master alle Farbkurven zugleich angewählt. Also man kann damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kriegt damit auch den Himmel ein bisschen blauer. Also diese Methode hätten wir vorhin auch bei den monotonen blauen Himmel probieren können. Also das ist jetzt eine Methode. Ich habe jetzt hier unsere Auswahl, deswegen wird es jetzt hier dunkel, aber das ist jetzt eine Methode, die hier tatsächlich funktionieren würde. Ich zeige jetzt mal vorher nachher. So, ich wähle das jetzt mal wieder ab. Die Auswahl lasse ich. Vielleicht mache ich hier mal wirklich, dass ich ein bisschen sauberer arbeite. Die nächste Methode ist, im Prinzip ähnlich wie die Tonwertkorrektur, nur dass ich hier einzelne Helligkeitsbereiche separat anfassen kann, sind die Gradationskurven. Also ich wähle jetzt eine Anpassungsebene Gradationskurven und verändere mal nicht die hellen Töne, die sind ja schon hell, sondern eigentlich im Wesentlichen möchte ich die mittleren Töne verändern. Mal sehen vielleicht auch die ziemlich dunklen. Auf jeden Fall die mittleren Töne, die sich hier überall so drin befinden. Wenn ich die dunkler ziehe, müsste ich ja eigentlich mehr Kontrast kriegen. Ja und genau und die Rechnung geht auf. Das gleiche kann ich ja hier noch probieren. Das wird mir vielleicht sogar zu extrem. Aber so mit diesem Werkzeug funktioniert es also ganz gut. Mal sehen, ob ich das hier auch noch vielleicht verändere. Ne, das lasse ich so. Also man muss bei jedem Bild individuell gucken. Es funktioniert jede Methode und jeder Wert anders. Also ich zeig mal ein Vorher, Nachher. Also wir haben ja auch eine deutlich kontrastreichere Himmelvariante. So und jetzt zeige ich die letzte Methode. Die letzte Methode, da braucht man am meisten Zeit für. Aber am Ende kriegt man meist auch das beste Ergebnis damit raus. Also die letzte Methode, die ich jetzt zeige, die hätte auch bei dem Bild davor ganz gut funktioniert. Ich wähle jetzt erstmal die Auswahl ab und erstelle einen Screenshot. So dass ich also nur auf dieser Ebene jetzt rumfummel. Nämlich mit Dodge & Burn. Also ich nehme das Burn Werkzeug, also nachbelichten. Wähle eine Deckkraft von 10%. Also je höher die Deckkraft ist, desto heftiger sind die Veränderungen. Und ich gehe lieber einmal mehr rüber, als dass ich mir zu schnell, dass ich zu schnell arbeite und das Bild eigentlich versauere. Also nehme ich einen Pinsel, 10% Deckkraft, ziemlich weich und fahre jetzt, Moment noch, ausgewählt sind die Schatten. Genau, ich möchte nur die Schatten effektieren, nicht die Lichter. Also ich habe jetzt praktisch als Methode, die Schatten sollen dunkler werden. Genau das, was ich will. Also gehe ich jetzt mal über diese einzelnen Schattenbereiche und kriege die damit dunkler. Und jetzt sieht man hier das ganz gut. Ich gehe jetzt nämlich, ich arbeite gar nicht so sauber. Ich gehe jetzt hier auch über diesen Helligkeitsbereich und der wird gar nicht heller. Das finde ich also auch eine sehr gute Methode, die allerdings Zeit braucht und ein bisschen Fantasie. Man muss sich hier so angucken, wo will man was dunkel haben, wo ist es stimmig, wie will man die Dramaturgie. Man kann nicht so ein bisschen fantasievoll und künstlerisch tätig werden. Ja und damit kann ich mich jetzt eigentlich eine ganze Weile aufhalten, wenn ich will. Ich zeige es ja nur mal schnell, wie die Methode so wäre. Also mir persönlich liegt diese Methode sehr, die benutze ich sehr oft. Und da muss man vielleicht zwischendurch auch. Ich zeige euch jetzt natürlich das Resultat, was sich jetzt hier verändert hat. Ich habe ja relativ unsauber gearbeitet. Aber man denkt immer nach einer Weile, man hat gar nicht so viel gemacht. Man muss zwischenzeitlich eigentlich mal ausschalten, damit man sieht, wie man eigentlich begonnen hat. So sieht man, dass man eigentlich eine ganze Menge auf einmal verändert. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch helfen. Das waren jetzt einige Methoden, wie man den Himmel verbessern kann. Ihr könnt mir in den Kommentaren reinschreiben, ob euch das hilft, ob ihr noch andere Methoden kennt oder euch wünscht und ob ich ein weiteres Video machen soll, wo es darum geht, wie man den Himmel austauscht. Also wenn man sagt, der Himmel ist überhaupt gar nicht mehr zu retten oder aus welchen Gründen auch immer. Ich will eine andere Lichtstimmung. Ob ihr euch solch ein Video noch wünscht. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.